Es ist eine längere Geschichte. 1998 bin ich bei der Firma Bosch Extraord Lineartechnik angefangen, im Außendienst Lineartechnik. In 2009 habe ich die regionale Leitung Pneumatik in Rating übernommen, die dann regional vergrößert worden ist auf die Region Nefellen im Zuge der Umstrukturierung. Unter Rexroth 2.0 war ich dann zuständig für die vier Bereiche von Bosch Rexroth im Bereich Sondermaschinenbau, Semikon, Handling, Fupperberg, Stroh und Papier als regionaler Vertriebsleiter. Und dann in 2012 hat sich mir die Chance ergeben, den Verkauf der Bosch Rexroth-Pneumatik zu begleiten als Leitung Deutschland, Österreich, Schweiz. Und seit 2014 konzentriere ich mich auf unseren größten Marktkommentaren in Deutschland direkt berichten an den Portgrieber und den CEO. Was macht heute am Job Spaß? Eigentlich alles. Der tägliche Kontakt zu Kunden, der tägliche Kontakt zu Mitarbeitern, diese Firma, mein Team, das was diese Firma in der kurzen Zeit jetzt geschaffen hat, die Zukunftsträchtigkeit dieser Firma, die Megatrends, die Sektorausrichtungen. Also dadurch mache ich jeden Tag mal Freude und Komfort. Alles. Mein größter Erfolg. Schwer zu sagen, ich möchte die von Umsatzzahlen abhängig machen. Für mich persönlich, die Position, auf der ich jetzt bin, hätte ich mir damals nicht unbedingt vorstellen lassen, als ich im Außendienst angefangen bin. Aber auch mein Team, mit dem ich arbeite, was sehr erfolgreich arbeitet, was ständig wächst, macht mich einfach stolz, für diese Firma mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Wenn Sie diesem Unternehmen beitreten wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie ein dynamischer Mensch sind, der auch mal über den Tellerrand schaut, der eigene Ideen einbringt, der zielstrebig ist und der Spaß hat, eben mit uns zusammen diese Firma weiter nach vorne zu bringen, die Megatrends und unser Sektorwachstum weiter zu pushen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.